Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Ausreden. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Redet aus. Redete aus. Hat ausgeredet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich rede aus. Du redest aus. Er redet aus. Wir reden aus. Ihr redet aus. Sie reden aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich redete aus. Du redetest aus. Er redete aus. Wir redeten aus. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ausgeredet. Du hast ausgeredet. Er hat ausgeredet. Wir haben ausgeredet. Ihr habt ausgeredet. Sie haben ausgeredet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich rede aus. Du redest aus. Er rede aus. Wir reden aus. Ihr redet aus. Sie reden aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich redete aus. Du redetest aus. Er redete aus. Wir redeten aus. Ihr redetet aus. Sie redeten aus. Den Schluss macht der Imperativ. Rede aus du. Reden aus wir. Redet aus ihr. Reden aus sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb ausreden. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Team von Netzwerb. bist du Roman schon. Spl quienes will. Und abonniere mich. Und abonniere mich. Bis zum nächsten Mal.